Mein Name ist Ulrike Zuwall und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung in der Reihe von Göttinnen und Göttern, Helden, Dämonen und großen Magiern und heute geht es um den griechischen Dichter Eschilos und sein Stück die Olmeniden. Von diesem Stück will ich Ihnen heute ein bisschen mehr erzählen. Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit der Entstehung einer neuen Literaturgattung im 5. vorchristlichen Jahrhundert in Athen, nämlich dem Theater. Und diese neue Literaturgattung muss man verstehen vor dem Hintergrund einer gesamtgesellschaftlichen Umgestaltung des Lebens in Athen, nämlich weg von einer aristokratisch-bäuerlichen Gentilverfassung hin zu dem, was man attische Demokratie genannt hat. Es ist ein Weggehen, ein sich langsam Entfernen vom alten mythologischen Denken hin zu dem, was man das Logos-Denken nennt. Ein Denken, in dem dann immer mehr die menschliche Vernunft, die menschliche Logik, der Diskurs gefördert und positiv gesehen wird. Die alte archaische Götterwelt erfährt so eine Umwandlung. Es wird eine neue Herausforderung an sie herangetragen werden, nämlich sie müssen sich mit Menschen auseinandersetzen, die vernunftgesteuert sind und sie müssen sich gegenüber diesen Menschen durchsetzen. Und das ist ein großes Thema der Dramen im 5. vorchristlichen Jahrhundert in Athen. Es sind Menschen, die sich neu definieren gegenüber den Göttern im Sinne eines Erkenne dich selbst und zwar im Sinne eines Sokratischen Erkenne dich selbst, nämlich erkenne, dass du ein Mensch bist und dass die Götter die ganz anderen sind und du musst dich gegenüber ihnen positionieren, deine Stellung finden, wissen, wie du dich gegenüber ihnen zu verhalten hast. Und in den Stücken der drei großen Dramatiker, Äschelos, Sophokles und Euripides, die ich dieses Mal und die nächsten beiden Male mir genauer anschauen will, zeigt sich, wie die griechischen Bürger Athens abkehren von den alten Traditionen der griechischen Naturgötter von den alten Mythen, die sie nun vollkommen neu andenken. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist eben das Stück Die Eumeniden von Äschelos, die dritte Tragödie innerhalb seiner Orestin. Die Eumeniden, das sind die Wohlmeinenden, die sich gewandelt haben, heraus aus den Erinnien, den drei Rachegöttinnen. Und zunächst ein bisschen von diesen Erinnien muss ich Ihnen erzählen. In der griechischen Götterwelt gab es Rachegöttinnen, die sich spezialisiert hatten auf die Durchsetzung der mutterrechtlichen Prinzipien. Es waren die personifizierten Gewissensbässe, so sagt man, was Vergehen gegen dieses mutterrechtliche Blutprinzip auch bedeutete. Und sie werden genannt, zum einen ist da Alekto, die bei der Jagd unaufhörliche, also die, die nicht loslässt, ihr Jagdopfer, Megaira, der neidische Zorn, die Siphone, die den Mord rächende. Und diese drei Rachegöttinnen treten auf, auch ganz stark in Verbindung mit Totenkult und auch Fruchtbarkeitsgedanken, denn sie rächen den Mord an Blutsverwandten. Sie treten auf, wenn ein Verbrechen an den Eltern geschehen ist oder an älteren Menschen, auch bei Mein Alt und bei Verletzungen der alten heiligen Bräuche. Sie wirken wie Personifizierungen von Verfluchungskraft. Sie verfluchen Menschen, die sich vergangen haben an ihrem Vater und ihrer Mutter, auch an anderen, die sie vergangen haben an anderen Verwandten, sie ermordet haben, zum Beispiel auch den älteren Bruder. Das ist ja etwas, was wir wiederfinden als Motiv dann bei Antigone. Und dargestellt werden sie als alte Weiber. Vetteln ist so ein Begriff, den man da in Zusammenhang mit den Erinien trifft, die nichts mit den Männern zu tun haben wollen, die als jungfräulich gelten. Sie sind in graue Gewänder gekleidet, eine schwarze Hautfarbe, die Haare sind Schlangen und aus ihren Augen fließt Geifer oder Blut. Also ganz schreckliche Rache-Göttin, vor denen jeder Mensch Angst hat, wenn sie auftauchen. Diese drei Erinien werden oft auch als eine Erinnis, die Rache angerufen und in ihrer Begleitung gibt es Helferinnen manchmal. Da ist zum einen Dieke, die Gerechtigkeit oder Poine, die Strafe. Und nun hat Eschelos in der Orestie eine Neuinterpretation dieser Rache-Göttinnen gebracht. Er hat sie nämlich verwandelt aus furchtbaren Wesen, die Blutschuld verfolgen, in wohlmeinende Göttinnen, die das Wohl der Stadt Athen im Auge haben. Es sind dann auf einmal die Eumeniden sehr sanftmütige Gottheiten geworden. Und das ist etwas, hängt zusammen mit einer neuen Erfindung Athens, nämlich einer Rechtsprechung, in der Vernunftgründe und Abstimmung, Diskurs eine große Rolle spielen. Zunächst ein bisschen etwas zu Eschelos selbst. Eschelos, geboren 525 in Eleusis, Attica, gestorben 456 in Sizilien in Gela. Erhaltend von ihm sind sieben Stücke und ganz berühmt und immer wieder weltweit gespielt werden, die Perser und eben die Orestie. Die Perser habe ich einmal in einer früheren Zeichensetzung, vor zwei Jahren, besprochen. Eschelos entstammte einem alten Adelsgeschlecht und erlebte als junger Mann den Sturz der Söhne des Paisistratos mit und das Ende damit einer Einzelherrschaft, der sogenannten Tyrannis. Und er erlebte mit die demokratischen Reformen des Kleisternes von Athen, von dem das letzte Mal auch schon die Rede war, nämlich eben auch der Erfindung des Theaters und das im Zuge einer Neueinteilung des Gebietes von Athen in Füllen. Der Sage nach wurde Eschelos durch Dionysos selbst im Traum zum Dichter geweiht. Er hat auf dem Theater, auf den Bühnen, in der Orchester, als Schauspieler teilgenommen in jungen Jahren und dann schon ab Mitte der, seit er 25 ist, hat er sich beworben mit eigenen Stücken in Dichterwettbewerben. Zunächst unterlegen, aber dann wird er schließlich preisgekrönt werden. Er war Soldat, nahm 490 für Athen an der Schlacht beim Marathon gegen die Perser teil. In dieser Schlacht wurde sein Bruder getötet. Dann war er beteiligt auf einem der griechischen Kriegsschiffe an der Seeschlacht von Salamis 480, die auf die Zerstörung Athens gefolgt war. Er hat Reisen nach Sizilien unternommen, weil er von dort, von den dortigen Tyrannen eingeladen wurde und hat dort auf andere Lyriker getroffen, Pindar, unter anderem Simonides. 472 gewinnt er dann den Siegespreis mit der Aufführung seines Dramas Die Perser, die eben ein Stück, das ich vor zwei Jahren schon mal hier in der Zeichensetzung besprochen habe. Und er liegt dann auch gegen Sophocles, kann schließlich aber doch immerhin 13 Siege bei den Dionysien erringen. Er reist dann noch einmal nach Sizilien, kehrt von dieser letzten Sizilienreise nicht mehr lebend zurück und stirbt eben in Gela, wo er auch begraben wurde. Es gibt eine Legende, die sich um seinen Tod rankt. Der Legende nach habe er sich nämlich auf die Felder zurückgezogen, weil ein Orakel ihm Geweih sagt habe, dass er beim Einsturz eines Hauses sterben sollte. Und so will es die Geschichte, dass ein Adler über ihn hinweg geflogen ist, der eine Schildkröte im Maul hatte, und im Stabel hatte und die wollte er auf einem Felsen zerschellen lassen, um ans Fleisch zu kommen. Aber der Vogel habe Eschilos Glatze von oben mit einem Stein verwechselt und losgelassen und diese Schildkröte habe dann eben den Dichter erschlagen. In Athen wurde auf die Nachricht vom Tode des Eschilos mit dem Beschluss reagiert, dass die Dramen des großen Dichters auch weiterhin außerhalb der Konkurrenz an den Wettbewerben gespielt werden sollten. Das ist eine große, große Ehre natürlich gewesen. Eschilos soll 90 Dramen verfasst haben, 79 sind dem Namen noch bekannt, lediglich sieben sind vollständig erhalten, eben wie gesagt die Perso unter anderem und auch die Orestie, auf die ich nun im Folgenden zu sprechen kommen will. Eschilos selbst ist verantwortlich dafür, dass ein zweiter Schauspieler, ein zweiter Protagonist aus dem Chor heraustritt und damit ein Dialog zwischen zwei Einzelpersonen auf der Bühne stattfinden kann. Also der Diskurs, der Streit, die Auseinandersetzung mit Hilfe der Sprache wird durch diese Erfindung und Heraustreten des zweiten Schauspielers gefördert. Die Orestie hat drei Teile, nämlich der erste Teil widmet sich Agamemnon, der nach zehn Jahren aus dem Trojanischen Krieg zurückkehrt und von seiner Frau Glytemnestra erwartet wird. Und nun hatte Agamemnon eine Tochter, Ephigenie, geopfert, um einen Auszug der Griechen aus Griechenland über das Meer nach Troja zu ermöglichen und diese Opferung Ephigeniens, das hat ihm seine Frau nie verziehen. Sie hat in seiner Abwesenheit einen Liebhaber genommen, seinen Bruder Egist. Und als Agamemnon nun als siegreicher Feldherr im Schlepptau mit, bringt er Kassandra mit, die große Wahrsagerin, zurückkehrt in seine Heimat, da ermordet sie ihn aus Wache. Für den Mord, ja, an ihrem eigenen Kind. Das ist das erste, die erste Tragödie in dieser Trilogie von drei Tragödien, die ja jeweils an einem Tag aufgeführt werden, gefolgt von einem Satirspiel. In der zweiten Tragödie kommen Orest und sein Freund Pylades nach Hause und werden von der Schwester Elektra aufgeklärt, was die Mutter getan hat. Und die Schwester hetzt auch ihren Bruder auf und schließlich entschließt sich Orest dazu, die eigene Mutter und Egist zu ermorden. Woraufhin er wegen Muttermordes verflucht wird von den Errinnen, die ihm nun verfolgen werden. Im dritten Stück, den Eumeniden, der dritten Tragödie, die an diesem Tag gespielt wird, der handelt davon, wie nun Orest verfolgt wird von den Errinnen und zunächst Zuflucht gefunden hat im Tempel des Apollon. Und nun verspricht ihm Apollon, dass er ihn schützen will. Er unterstützte Orest darin, seinen Vater zu rächen und mit den Worten, denn ich gebot, dass deine Mutter du erschlugst. Das ist eine heftige Aussage für diesen Gott des Lichtes. Und nun sieht man in das Tempelinnere des Apollon-Tempels, man sieht, wie dort die Errinnen schlafen und wie nun der Schatten Glytenestras emporsteigt und Stellung bezieht und Rache verlangt, denn der Muttermord ist ja noch nicht bestraft worden. Und sie verlangt dafür, dass die Errinnen sich einsetzen, dass Orest nun eine Strafe erhält. Die Errinnen werfen daraufhin Apollon große Schuld vor. Zitat, blutige Schuld, schuldiges Blut, das Verruchteste nahm ja beschützend er auf. Damit meinen sie Apollon, Apollon, der Orest geschützt hat. Nun verteidigt Apollon Orest mit dem Hinweis, dass Orest zwar seine Mutter erschlagen habe, aber dass sie nicht seine Zeugerin sei. Denn nur ein Vater sei der Zeuger des Kindes, was man schon zum Beispiel daran sehen könne, dass Athena eben nur vom Vater Zeus geboren worden sei. Nun wollen die Errinnen Orest unbedingt fassen und Rache üben. Und Orest rettet sich nach Athen und bittet um gnädige Unterkunft bei Pallas Athene. Die Errinnen finden seine Spur, kommen zum Tempel der Athene und es entsteht ein Prozess, in dem die Errinnen ihren Vortrag halten und beanspruchen, dass Orest schuldig gesprochen wird und Athen und Apollon nun die Gegenposition einnehmen. Es kommt zu einem Prozess und in diesem Prozess kommt es zur Stimmabgabe, die dadurch entschieden wird, dass Athene den letzten Stein für Orest hineinlegt und damit Orest freigesprochen wird. Bei gleicher Stimmenzahl hat eben Athene entschieden. Zunächst sind die Errinnen voller Wut und jammern und protestieren. Athene versucht sie zu beruhigen und verspricht ihnen Gaben. Sie verspricht ihnen ein Heiligtum, die Verehrung von den Athener Bürgern, vorausgesetzt, dass sie nicht mit schwerem Hass das Land überziehen. Und nun schlagen die Errinnen einen anderen Weg ein. Sie verwandeln sich in die Eumeniden, die Wohlgesinnten, nie Rachgier wechselmordender Schuld lüstern, blutig zerrütten die Stadt, Freude belohnen gemeinsam, Gleiches mit allen zu lieben, allen gleich zu hassen, auch das heilt vielen Gram der Sterblichen. So legen sie ihren Gram ab und ihren Hass und Ehren Athene und werden im Folgenden der Stadt wohlgesonnen. In diesem Stück zeigt Eschelos auf der Bühne den Sieg der Vernunft über das alte Blutrache-Prinzip, wie es die Errinnen verkaupert haben. Und das in einem Stück, was Rede und Gegenrede gegeneinander stellt. Apoll und Athene auf der Gott des Lichts, der Klarheit, der Orakelgott, auch der Heilgott, aber auch der Todbringer. Und die Göttin, die Zeus aus dem Kopf entsprungen ist, die Göttin der Weisheit, der Künste, des Handwerks, des kunstvollen Kampfes, die stellen sich auf Seiten des Muttermörders und tragen nun eine ganze Reihe vernünftiger Argumente vor, die siegen gegen die alten, archaischen, dunklen Erdgottheiten der Errinnen. Es sind rationale Argumente, die in einem rational geführten Prozess auftauchen, mit einer Stimmenabgabe, mit Mehrheitsprinzip, mit Bürgerbeteiligung, mit Transparenz, eine Abstimmung, die eben auch auf vernünftigen Gesetzen beruht. Und das zeigt eben wieder den Weg, den Athen seit dem späten siebten vor christlichen Jahrhundert gegangen ist, ein Weg hin zur Fassung von Gesetzen in Athen, schriftlichen Fassung von Rechtsgrundsätzen. Begonnen hat das eben mit Drakon, der abgegangen ist von Selbstjustiz und Blutrachen. Über die Gesetze Solons bis eben in die Zeit Eschilosinaen wurde dieser neue Weg bestritten. Das heißt, der vernünftige Diskurs nimmt den alten Gottheiten ihre Macht. Und das wird nun eben deutlich in diesem Stück. Ich will Ihnen kleine Teile, kleine Dialoge, kleine Texte daraus vorlesen. Ich möchte noch etwas ganz kurz zu dem einen Argument nennen, was auch immer wieder ins Spiel gebracht wird von Seiten Apolls und eben auch sozusagen von Athene. Nach der antiken Vorstellung, stammen die Kinder nur vom Vater ab. Der Samen des Vaters enthält das vollständige Kind, seine Seele, seine Vitalkraft und die Mutter ist nur der Nährboden für die Entstehung des Kindes. Sie trägt nichts Eigenes eigentlich zur Entstehung eines Kindes bei. Das ist übrigens eine Vorstellung von Fortpflanzung, Fortpflanzung, die sich bis 1800, bis in die Zeit der Industrialisierung beibehalten wird in veränderten Form. Aber das ist noch mit der Grundgedanke, wie Menschen sich fortpflanzen. Ich lese Ihnen jetzt einen kleinen Teil eines Dialogs zwischen den Errinnien und Apoll vor, wie sie gegeneinander argumentieren. Der Chor Mit welchem Recht kannst du dann für diesen da Freispruch verlangen? Denn er hat sein eigenes Blut, das Blut seiner Mutter vergossen. Wie soll er da in Argos und im Haus seines Vaters wohnen können? An welchen Altären soll er mit dem Volke opfern? Wird seine Sippe ihn noch mit heiligem Wasser besprengen? Für solches Volk, für welchen Staat ist er noch tragbar? Apoll, dazu will ich Folgendes erklären und seht, ob es stimmt, was ich sage. Es ist ja das, was man Mutter nennt, nicht das, was das erzeugte Kind auch gezeugt hat. Es ernährt vielmehr den frisch gesellten Keim. Was zeugt, ist der männliche Teil, Hengst, Stier oder Mann. Sie nimmt für ihn, wie die Wirtin für den Gast, den Spross in Verwahrung, soweit kein Gott es hindert. Und hier mein Beweis, man kann auch Vater ohne Mutter sein. Und da steht mein Zeuge, das Kind des olympischen Zeus Athene. Sie ist nicht im Dunkel eines Bauches aufgewachsen und doch ist sie ein Spross, wie keine Göttin ihn gebären könnte. Also hier Argument und Gegenargument in einem Diskurs, in einer sachlichen Auseinandersetzung. Jetzt nochmal die Erinnern. Allerdings, wenn ich hier nicht mein Recht erhalte, kehre ich mit schweren Heimsuchungen in dieses Land zurück. Und dann eine Klage des Kurses. Oh Nacht, schwarze Mutter, siehst du, was hier geschieht. So müssen wir jämmerlich zugrunde gehen oder wir bleiben weiter unserer Ehren teilhaftig. Der Korb bejammert, dass das Gericht eine andere Entscheidung getroffen hat und ihr ihren Rache gelösten keinen Raum gibt. Und jetzt kommt eben die weise Athene, die versucht, die Arrindien zu beruhigen. Jetzt ist es an mir als Letzte Recht zu sprechen und den Prozess zu entscheiden. Hier, diesen Stimmstein gebe ich Orestes, denn keine Mutter hat mich geboren, ich liebe das Männliche in allen Dingen, nur zur Ehe bin ich nicht bereit, mein ganzes Wesen, alles in mir ist dem Vater zugehörig. So kann für mich das Los der Frau nicht schwerer wiegen, die ihren Mann erschlug, den Bewahrer des Hauses. Orestes hat gewonnen, obwohl sich gleiche Stimmenzahl ergab, im Zweifel für den Angeklagten. Der Prozess ist entschieden für Orest und nun jammert der Chor in den höchsten Tönen, die Rinnien jammern. Jo, ihr jüngeren Götter, die alten Sitten habt ihr niedergeritten, die alten Gebräuche meinen Händen entwunden, ich entehrte, elende, schwer erzürnt gegen dieses Land wehe, Leid gegen Leid, sende ich Gift, Gift, aus dem Herzen quillt, tropft es zur Erde, unfruchtbar machend, wuchert aus ihm Aussatz, Geschwür, flechten und Brand, Blätter vernichtend, Kinder kinder vernichtend, o dieke, dieke Gerechtigkeit, Göttin, verbreitet sich rasch, über den Boden kriecht, es wirft tödliche Ansteckung über Menschen und Land, ich stöhne, was soll ich tun, ich werde verlacht, unerträgliches litt ich von diesen Bürgern, o ihr grundunglücklichen, entehrten, beschimpften, traurigen Töchter der Nacht, also hier die große Klage der Arrinnien, die kein Recht bekommen haben und die nun beruhigt werden müssen von Athene, die ihnen jetzt eben viel verspricht und sagt, wenn ihr euch zu Wohlmeinenden entwickelt, so werdet ihr hier geehrt werden, ihr werdet Gaben bekommen und ihr werdet mit die geachtesten Göttinnen hier in diesem Gebiet sein. Und daraufhin verwandeln sich die Arrinnien jetzt in die Eumenien und das ist nun ihr Zugeständnis. Niemals brülle das unersättlichste aller Übel der Bürgerkrieg durch diese Stadt, das wünsche ich ihr und hat der Staub einmal das schwarze Blut der Bürger getrunken, so fordere er nicht in rasender Rachsucht, Mord für Mord, Vergeltung in der Stadt. Freude für Freude sollen sie einander schenken, gemeinschaftlich denken an das Wohl der Gesamtheit, auch im Hass eines Sinns. Viel menschliches Leid lässt sich so vermeiden. Und so werden die alten Rachegöttinnen das alte Blut Prinzip abgelöst von rationalen menschlichen Gesetzen, die eine sachliche Argumentation, einen sachlichen Diskurs erlauben in dieser modernen demokratischen Stadt. Athen unter der Schutzherrschaft der Göttin Athene.